Was geht ab wie ein Schnittchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge FWARTS! Warte mit dabei, Peter und ich im Team gegen Christian und Sebastian. Was geht ab? Wieso kann ich da vorne keinen bauen? Mach mal. Nur mal kein Auge. Oh kacke, das ist ja... Ja, der will hier keinen Semmel da setzen. Was soll denn das? Ja, einfach keinen Semmel setzen. Das finde ich ganz schön frech. Ich will da was trauen, Junge, nicht drrrt. Oh fuck, ey. Wir sind immer noch Nubig, liebe Kommentare. Nein, wir sind absolut overpowered. Das ist auch gewollt so, damit wir alle auf einem Level sind. Das Tolle ist immer so dieses... Spielt ihr mal das Tutorial? Also ich werd mich jetzt noch krasser als Nubi outen. Ich hab das Spiel durchgespielt. Das ist die Map in der Mitte. Als ob du das Spiel durchgespielt hast. Ich meine ja, ich hab die ganze Welt gemacht. Du machst ja dann irgendwie Russland und China. Ja, aber vor drei Jahren wahrscheinlich, oder? What the fuck, Alter? Ja, das ist schon ne Zeit her, aber... Ich hab schon das Tutorial gespielt. Die war ein bisschen mehr. Aber das ist halt, ne? Gechillt. Spawn. Testest du mal was so geht? Das ist halt nicht so wie jetzt. Das ist maximale Anspannung. Ja, ich mach halt immer den gleichen Fehler. Auch bei Strategiespielen so. Erstmal aufbauen. Erstmal chillen. Warte mal. Jetzt ist es immer so immer nur darum, wer als erstes diese komische Laser- oder Dix-Kanone da baut und dann... Was? Das ist halt Ende. Ja, wobei, guck dir doch hier mal an. Die Map. Das ist irgendwie... Also die Map ist diesmal ein bisschen anders, ein bisschen größer. Ich hab doch keine Zeit gehabt, die noch deutlich. Ähm... Oh, das war schon richtig clever, was ich gemacht habe. Oh, shit. Ähm... Das ist ja viel. Ähm... Daaa... Können wir doch jetzt bauen. Alter, what? Na, die ist ein bisschen größer. Bewusst diesmal auch ein bisschen größer gewählt, damit wir... Einfach ein bisschen mehr Zeit haben auch... Das heißt, Mörser kannst du zum Beispiel ganz vergessen. Ne, ich glaub, die fliegen so weit. Echt? Das ist ja bezweig. Doch. Stimmt. Sniper könnte auch krass abgehen. Ähm... Aber wieso kann ich in dem einen Ding... Kann ich nichts bauen? Also ist das völlig... Bescheid? Ne. Okay. Hm. Wir müssen... Wir müssen expandieren, Leute. So. Kann sein, dass ich jetzt das komplette Ding zusammen krach. Nein, machen wir nicht, Christian. Ohohohohohohohohohohohoho, scheiße. Nein, nein, nein. Christian, was tust du da? Ja, ich kann an der einen Stelle keine Mine bauen, weil da halt so ne Strebe drin ist. Aber wenn ich die Strebe wegnehme, dann kracht alles zusammen. Das heißt, ich habe heute maximal vier Mienen. Verstehe. Dum, 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 dum. Oh, ein bisschen windschief heute mein Bau, aber das ist nicht so schlimm. Aber wie konnte man denn nochmal Hintergrund losbauen? Fuck, wie ging das denn nochmal? Oh, ne? Hintergrund los. Oh, muss man das bei jedem Einzelnen machen? Nee, nee, was tust du da? Das hat irgendwie so im Kopf. Dann jetzt muss man doch hier so windows machen. Nicht mega effektiv, aber besser als nischt. Oh, ne, das funktioniert irgendwie anders noch nicht so genau, wie ich mir das vorstelle mit dir. Huiuiuiuiuiuiui. Mach mal hier einfach weiter. Oh, shit. Geht das? Mega stabil. Sehe ich. Oh, das ist die maximale Reichweite. Shit. Ah. Was ist hier? Oh, Mist. Das ist teuer. Was kostet das? So viel? Das ist ja wucher. Wucher, würde ich sagen. Aber vielleicht lohnt sich das ja. Habt ihr schon was gebaut da drüben? Nee, das ist gut. Also generell, so hat gebaut, ja. Aber irgendwie... Generell sowas gebaut. Oh, ich baue gleich. Ich baue gleich was schönes, Christian. Ja, aber das Problem ist, ich baue gleich was schönes. Also ich würde jetzt sagen, wir brauchen Silos, aber das wäre gelogen. Was meinst du mit Silos? Ja, dass du halt dein Zeug verstauen kannst. Ach so. Ja, das Problem habe ich auch. Also bei mir wird leider nicht schnell genug produziert hier der Shit. Oh, shit. Da habe ich... Hier habe ich einen richtigen Fehler gemacht. Ähm. Ähm. Hier schieße ich doch in meine eigene Base rein. Wie dumm wäre das denn? Hm. Oh, doch, das geht? Okay. Ja, dann machen wir das nicht. Dann ändern wir das hier mal schnell. Give me that shit. Du bist... So. Und das. Und das. Und... Oder der hat echt ein Raketensilo gebaut. Das. Das. Hey, wir müssen ja neue Sachen mal ausprobieren hier haben. Die Kommentare gesagt haben. Sollen wir mal mehr Varianz hier in unseren Kampf bringen. Sollen wir das machen. So willst du nicht geabtetet werden? Ich check's noch so. Denken, geil. Mist. Oh mein Gott. Da brauchte man ja... Oh shit. Guck mal da noch was für. Äh... 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 Nur weil der Nubbel nicht weiß, wie das Spiel funktioniert. Das kann ich... So nicht. So. Ähm... Hier einfach nur... Junge, 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 Junge. Das ist immer ein Stressspiel. Das ist doch deutlich schwerer, als ich das dachte diesmal. Ich weiß das auch noch nicht so genau. Die Map ist doch anders, als wie gedenkt. Anders wie gedenkt. So. Wie lindert der Nummer? Oder kommen Raketen? Ach so. Oh oh. Da bricht schon was zusammen. Ja, die Mitte. Die Mitte. Nicht die Mitte. Ach komm. Ah, ich bin so überfordert hier. Oh oh. Oh, da geht was los. Ach, als ob die da alle abgeknallt werden. Wieso knallt der die nicht ab? Muss man die einstellen, dann hat die automatisch die abknallen. Ne, oder? Äh, nee, eigentlich nicht. What the fuck? Wieso explodiert das? Hä? Oh oh. Wir brauchen mehr Waffen. Oh man, den Laser finde ich aber eigentlich nicht so cool, muss ich sagen. Oh, das war zu hoch. Das brennt hier alles. Das ist mega schwierig hier zu ballern, das ist voll tricky. Der war gut, der war gut. Komm schon. Na komm. Oh no, shit. Das wusste ich überhaupt nicht, dass das geht. Warum brenne ich ihn so? Wieso hat der so alles kaputt gemacht von dem, was ich hier gebaut habe? Oh mein Gott. Ähm. Mach mal nicht meine Hütte auf. Hier. Das tut doch nicht. Note. Ey Sepp, die zerrödeln mich hier. Ja, ich bin auch schon am Schießen hier überall. Na schon. Aber jetzt treffen die bei mir auch rein, das ist nicht gut. Oh Gott. Die treffen mittlerweile, das ist gar nicht schön. Warum schießt ihr nicht auf die Raketen? Okay, das war's. Nee, Christian. Bei mir ist gerade alles eingestürzt. Ja, ich hab's gesehen. Als ob er genau da trifft. Ey, komm. Mach mal weiter, Peter. Arbeite dran. Oh Mann ey, was arbeiten die denn so gut zusammen? Oh Mist, die haben ja... Die haben mit denen auch weggemacht. Oh, kacke. Ja, noch ist alles drin. Ach, scheiße, ich mach die Wand an. Immer noch alles drin. Oh Gott. Ich produziere zwar keinen Strom mehr, aber hey. Repair. Ich bin quasi entwaffnet. Ja. Puh. Das war ein Double-Angriff. Das war ein Double-Angriff. Yo Maschine, lösche halt nicht, sondern explodier einfach. Alter. Hä? Alles da rüber, Jungs. Bram ist mich am Kott blocken. Ja, tut mir leid. Oh Mann ey. Hallo. Hi. Hallo. Mann, der fett am Battlen, Jey. Oh Bram, ich krieg gut aufs Maul. Du machst das. Battlen in... Ihr seid alles Lappen, oder? Oh Gott. In Forts und Hart. In Forts und Hart. Battlen in... Ja. Alles gut. Alles gut. Ach der mit seinem Scheiß-Strahl da. Fangen wir da durch. Jawohl. Ja, keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Also alles, was ich aufbauen, wird heute direkt wieder zerstört. Ja, Christian, ich versuch, ich versuch es. Ich bin gerade dem Hinteren, ich weiß nicht, ob das Bram oder Christian, äh, Peter ist. Ich bin Christian. Oh shit. Komm schon, komm schon, Baby. Komm, 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 komm. Yes. Der war gut. Alles halt wieder, wer den ersten Laser-Vote gewinnt, ey. Ey, was mach ich jetzt? Ich habe keine Energie mehr und brauche Energie, um Energieerzeuger zu bauen. Was ist das, Christian? Aber ich habe noch viel Energie und ich brauche 800, um eine Windturbine zu bauen. Also ich glaube, da mache ich gar nichts mehr. Kann ich leider nichts schicken, ne? Das wäre geil. Kann ich mal Holz bauen. Dafür brauche ich 36 Energie. Oh Gott, hier geht alles in die Luft. Alter, dem setzt sich jetzt aber gerade richtig zu, der Sau. Oh, was? Wir haben getroffen. Sehr gut, endlich. Winkel rausgefunden. Der war fies. Oh shit, meine Echo geht langsam down. Der Bram, der hat das irgendwie... Kriegt ja langsam den Dreh. Die Arbeitet zumindest dran. Was ist denn hier jetzt? Energie down oder was? Ach komm, Alter. Nee, Peter, so nicht. So, und jetzt gebe ich den Gnadenstoß. Pass auf. Nee! Oh, der war zu niedrig. Oh, mir fehlt wieder. Oh, Bram, ey, schießt mir doch nicht immer meine Sachen kaputt. Ach. Nee. Das ist einfach nur anstrengend. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss noch warten, bis ich meine Windturbine bauen kann. Das dauert ein bisschen. Ähm. Psch, 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 psch. Ähm. Ähm. Ach komm, halt's Maul, du Ding, ey. Ja, so. Ja, echt, ey. Shit, das war einfach Müll. Was mache ich denn hier? Ich spiel gerade richtig kacke. Und Bram ballert mir hier einfach alles kaputt, ey. Oh mein Gott, ich bin tot. Als ob du da oben was getroffen hast und dann mein ganzes Ding eingestürzt hast. Als ob. Okay, Bram, das war stark. Ja, ich glaube nicht mal, dass ich das war. Oh, Peter, das von hinten ist. Ich warte nicht, also, ich kann doch nicht gewesen sein, weil ich bin nur am aufbauen und am verteidigen. Du hast einfach bei mir oben reingeschossen und mein ganzes Ding hat angefangen zu wackeln und ist einfach gestorben. Ab da rüber. Jawoll! Ohoho, Bram, ey. Da war der Hit. Holy shit, Alter. Ja, nix, Solo-Win, ich hab alles aufgefangen. Ja, war eine gute Teamleistung, Peter. Lass dir nix von dem komischen Schmock da erzählen. Ja. Das war stark. Bedankt für den Zuschauen. Bis nächstes Mal. Tschüss.